hallo und willkommen zu einem neuen video der spielzeugtour mit christian wir packen heute ein kleines playmobil geschenk aus ihr wisst ja dass wir regelmäßig sachen bei playmobil kaufen und da war es in der letzten bestellung hier so ein kleines geschenk dabei und das will ich mit euch zusammen auspacken deswegen schauen wir direkt mal rein einmal oben aufmachen und das ist ja ein kleines set dabei eine figur ich packe es mal aus und dann gucken wir uns mal zusammen an was das denn hier für ein mensch ist so also ein mann ist es auf jeden fall da bin ich mir sicher denn er trägt ja einen relativ dichten bad sonst hatte so eine grüne hose an hier steht auch was drauf saurus könnte das heißen weiß jetzt nicht genau was das ist da hinten auch noch mal saurus team vielleicht wisst ihr was es ist dann schreibt mir das gerne mal für den ist hier eine kamera dabei die können wir immer umhängen außerdem ein helm der macht garantiert irgendwas in der natur vielleicht ist es ein forscher außerdem ist hier noch eine landkarte dabei das sieht nach einem verlassenen tempel oder sowas aus also ich bin mir nicht genau sicher zu welchem set das dazu gehört ob das vielleicht irgendwas mit wilderern oder mit schatzsuchern zu tun hat wenn ihr eine ahnung habt was das hier für eine person ist dann schreibt mir das gern mal ich weiß es nämlich nicht ansonsten gucken wir mal ob wir den vielleicht bald in einem playmobil film wiedersehen so naturfilme machen wir eigentlich nicht aber vielleicht ist das ja ein guter einbrecher schreibt uns mal was ihr denkt was das hier für eine person ist und dann sehen wir dem vielleicht demnächst in einem unserer filme wenn euch das set gefallen hat dann gebt gerne daumen nach hoch abonniert auch unseren kanal falls ihr noch keine abonnenten seit und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dann euer christian macht's gut tschüss